Der hat einen unglaublich breiten Brustkorb. Nein, ich sag's dir, ich habe ihm oben zugeschaut, wie er runtergefahren ist zum Start. Und wenn er jetzt alle Tore schafft, dann ziehe ich den Gutes. Wo ist die Zeitnehmer? Wo ist die Zeitnehmer? Also, es ist unglaublich. Gute Stimmung oben am Start. Das war jetzt ein Mordsgaude oben von Wegfahren. Schau, schau, da natürlich. Da hat er noch ein paar Sachen dabei. Das rote Trikot kriegt Günter Hujara. Hans Pieren war da dabei. Ja, also mit diesen Skiern über eine Weltcup-Strecke, auch wenn das Frühlingsschnee ist. Hut ab, da musst du hervorragend Skifahren können. Also den Zielhang, den überlebt er heute nicht. Das sage ich dir, da wird es ein Runterwickeln mit diesen Skiern. Ja, da steht Gott sei Dank einer mit rettenden Armen. Da ist ein norwegischer Trainer, glaube ich. Ein bisschen was möchte ich ganz gern dazu sagen. Über 18 Jahre auf Weltcup-Niveau ist dieser Fursche der 37 Jahre alte Schweizer. Der am 29. Dezember 1993 in Bormio bei der Abfahrt auf der Stelvio sein Weltcup-Debüt gegeben hat. Damals ist er vorletzter geworden. So, da wird der Didier auch gefeiert, oben auch auf der Tenne. Danke Didier wird gesungen. Danke Didier ist er unten unkerschön. Danke Didier ist was unkerschön. Die Zilla toller Mann, da heißt die Band. Die spielt da auf für den Didier, total nett. Schau mal, der ist noch immer unterwegs. Die halten wahrscheinlich noch einen Platz am Freitag unten im Pool. Ja, also, vor über 18 Jahren in Bormio, vorletzter in der Abfahrt und in der Zwischenzeit 21 Weltcup-Sieger. Im Gesamtweltcup Zweiter in der Saison 2010, 2011 verteilt er jetzt hier also Trikots mit seinem Konter frei drauf und ist erstmals zu Boden gegangen. Aber er schlagt sich wirklich wacker, ist schon Bahnwald. Der gelernte Metzger in Dierkirch. Viermal Abfahrts-Weltcup-Sieger, einmal Super-G-Weltcup-Sieger, einmal Riesentorlauf-Weltcup-Sieger. Und seinen ersten Weltcup-Sieg hat er übrigens dort gefeiert, wo du auch jubeln durftest. In Kitzbühel. In Kitzbühel war sein Erstteil. 23. Jänner 1998, den letzten. Jetzt biegt er dann ein in den Zielhang, jetzt bin ich da wirklich gespannt. Er hat sich was vorgenommen hier. Das war einmal beim Slalom-Start vorbei da oben. Aber jetzt ist er schon im Zielhang herinnen. Was fährt die Dierküche denn heute, oder? Der fährt Hetschi. Ja, ein bisschen was hat sich schon dann in der Zwischenzeit, kann man sagen. Ja, also da runter, Hut ab. Hat er überhaupt keine Stahlkanten drauf, oder? Ja, es sind so geschraubte Kanten drauf gewesen, was ich gesehen habe. Jetzt haben wir ein bisschen aufgelenzt, der ist ja oben schon zum Start hinzogen. Der wird heute müder sein als nach jedem anderen Weltcup-Rennen. Also unglaublich, dass er das schafft. Ich würde den steilen Hang mit den Holzbrettern runterfahren. Letzter Weltcup-Sieg, das wollte ich noch schnell sagen. Super-Chick-Raum-Montana im Februar diesen Jahres. Also er hat doch heuer wieder gewonnen. Er hatte die Chance auf Abfahrtskristall. Da sind sie. Und noch alle seine Fans. Mario Reiter. Jetzt ist er tatsächlich im Ziel und jetzt braucht es diesen Luftzaun, glaube ich, da. Nein, nicht einmal. Ja. Eine großartige Karriere geht in diesem Augenblick zu Ende. Das letzte Rennen des Direkisch. Oh, oh, oh. Proxiviert nicht. Schauen wir mal. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob er das im Griff hat. Bei der alten Bindungs. So, Rainer Salzgeber, sein Head-Renn-Chef verneigt sich. Und jetzt geht's weg, sagt er. Pass auf. Jawohl. Bravo. Bravo, Didier Küsch. Und vielen, vielen Dank für viele tolle Rennen. Und tolle Stunden mit diesem Ausnahmeathleten. Eine olympische Medaille, Silber im Super-Gi von Nagano. Vier WM-Medaillen, darunter Gold im Super-Gi von Valdisea 2009. Er ist der älteste Weltcup-Sieger in der Geschichte. Schau mal, was sich da tut. Schau, wie es die herbirgt, schau. Aber es sind so schlaufte Kanten oben, aber eine Sensation, dass der mit diesen Teilen da über den Zielhung runterfährt. Sein 358. Weltcup-Rennen war das heute. Wahnsinn. Danke, dass ich das noch machen durfte. Und ich bin lieber mit dem Material von jetzt gefahren. Und ich bin lieber mit dem Material von jetzt gefahren. Und ich bin lieber mit dem Material von jetzt gefahren. Und ich bin lieber mit dem Material von jetzt gefahren. Der SV-Präsident Schrexnan ist da. Didier Küsch hat sich Kitzbühel ausgesucht heuer, um dort offiziell seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt zu geben, weil er dort so oft gewonnen hat. So, jetzt zum Rennen. Hier kommt Ted Ligeti, der also Startnummer 1 hat hier in der Entscheidung und damit die bestmögliche.